Nein, scheiße, so kurz vor dem Cyrus, da wurde ich einfach zerschmettert, ich hab's ja gesagt, irgendwann explodiert man einfach, egal, sehr schön weit gekommen, guter Char, eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte, sehr cool, aber die Race ist ja auch, ah, okay, die geht noch 21 Stunden, die geht noch bis morgen, okay, schade, dann hätte ich mir nicht so einen Stress machen müssen. Bis zum nächsten Mal.